Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Vollmer. Ich bin Fachberater bei der One-Sail-Food-Group. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Geflügel-Zucchini-Spieß herstellt. Zur Außenwitzung verwenden wir heute unsere leckere Dekorer Bärlauch-Brilliant-Marinade. Unsere Brillanten-Marinaden verleihen dem Fleisch einen schönen Glanz, der auch lange in der Theke erhalten bleibt. Hierzu benötigen wir eine Putenbrust, unsere Bärlauch-Marinade, eine Zucchini und Holzspieße, und zwar 15 cm Spieße. Zuerst haben wir die Zucchini gewaschen. Diese wird jetzt je nach Größe in Ringe oder halb munter geschnitten. Nun das Fleisch, also die Putenbrust, in ca. 3 x 3 cm Würfel schneiden. Wichtig ist, dass ihr hierbei auf jeden Fall ein Geflügel-Brett benutzt zum Schneiden der Putenbrust, damit das Geflügel-Fleisch nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen kann. Auf jeden Fall auch ein eigenes Geflügel-Messer. Nun nehme ich einen Spieß, fange an mit dem Fleisch, dann eine Zucchini, wieder Fleisch, noch eine Zucchini, und schließe ab, wieder mit einem Stück Fleisch. Etwas zusammensetzen, so fertig. Nun wiege ich dann pro 1 kg Fleisch 80 g der Bärlauch-Marinade ab und mariniere das Ganze dann, in diesem Fall nur das Fleisch mit der Bärlauch-Marinade. Für eine ansprechende Präsentation in der Theke empfehlen wir unseren Spießehalter. Diesen haben wir in mehreren Varianten. Die Geflügel-Spieße können in der Pfanne oder auf dem Grill gegart werden. Das Fleisch bei mäßiger Hitze für 10-15 Minuten bei mehrfachen Wänden durchgaren. Solltet ihr noch weitere Rezeptideen benötigen, sprecht einfach unseren Verkaufsberater an oder besucht unsere Webseite auf www.mugunzia.com. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.